Hallo Simon, herzlich willkommen zum FCKTV Interview. Wir waren heute jetzt erstmal mit deinem Auto unterwegs, sind hier zum Geldersburg rausgefahren. Was ist das für ein Auto und wie bist du dazu gekommen? Das war eine relativ spontane Aktion. Es ist ein 66er Mustang aus Kalifornien. Ich habe den jetzt mittlerweile seit fünf, sechs Monaten und ich bin hoch zufrieden damit und ich freue mich, wenn es wärmer wird, wenn die Sonne rauskommt. Da wird mich öfters hier noch sehen. Das Motto dieses Jahr ist so ein bisschen der Betz rockt. Passt da so ein Auto ganz besonders gut dazu? Ja, das war Zufall. Ich habe mich schon ein bisschen länger dafür interessiert für Oldtimer, speziell jetzt für den Mustang. Wie gesagt, es war eine spontane Aktion und passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Wir sind jetzt hier zum Geldersburg rausgefahren. Hier ist nicht nur das Mannschaftshotel bei den Heimspielen, sondern wenn man sich hier umguckt, ist es auch recht schön hier. Wie gefällst du hier in Kaiserslautern im Pfälzer Wald? Ja, ich habe jetzt, seitdem ich wieder hier bin, die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mehr zu sehen, auch von der Vorderpfalz. Und ja, wir als Mannschaft fühlen uns hier im Hotel sehr wohl. Und ja, hier ist Topverpflegung. Die Lage stimmt natürlich mit dem See hier noch und ja, wir fühlen uns hier sehr wohl. Du hast es gerade schon angesprochen, seit du wieder hier bist. Du bist im Winter zurückgekommen. Wie war die Rückkehr und wie bist du aufgenommen worden in der Mannschaft wieder von den Fans? Ja, die Rückkehr war relativ kurzfristig und eine Aktion von ein, zwei Tagen. So, ja, es war sehr kurzfristig alles und ich bin dann doch sehr dankbar gewesen, dass es geklappt hat. Und ja, ich fühle mich hier wohl und es ist sehr bekannt, dass ich letztes Jahr hier ein Jahr eine sehr erfolgreiche, persönliche, erfolgreiche Zeit hatte. Und ja, mir macht es riesen Spaß mit dem Team und sehr homogen und sehr, sehr gut mit der Stimmung in der Mannschaft und es macht riesen Spaß. Warst ein halbes Jahr weg, hat sich in dem halben Jahr hier irgendwas verändert? Was war neu, als du wieder hier zurückgekommen bist? Die Gestaltung der Kabinen war ein bisschen neu und mit der Disziplin hat sich auch einiges getan und das spricht für sich und die Jungs sind alle sehr, sehr positiv und sehr, sehr freundlich zu mir gewesen am Anfang. Und ja, die Stimmung stimmt in der Mannschaft und deswegen, es macht riesen Spaß mit dem Team zu trainieren. Jungs!